Wenn ich in Zürich unterwegs bin, sehe ich inspirierende Leute mit lässigen Kleidern. Und zum Teil inspiriert mich das so sehr, dass ich nach Hause und das nachmachen. Also ich nehme vor allem eigentlich für mich. Es ist meine Zeit, in der ich runterfahren kann. Da komme ich in einen Flow hinein. Eigentlich fast wie beim Yoga. Ein Wegteil kann zum Beispiel sich gehen in einen Stoffladen. Ich sehe einen mega lässigen Stoff und habe gleich eine Inspiration. Blau ist Sommer. Es ist frisch. Es ist ein bisschen Zürich. Und es passt zu mir. Ein Big Day war, als ich meine Bluse vor dem Spiegel angelegt habe. Und sie hat gepasst. Vor drei Jahren habe ich das erste Mal ein Bild von meinen genähten Sachen auf Instagram gestellt. Und dann habe ich mal ein Like bekommen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und so ist es dann weitergegangen. Wenn ich lässige Kommentare bekomme, nette Kommentare, das tut dem Herzen gut. Manchmal nehme ich Labels in meine Kleider. Je nachdem, was gerade passt. Manchmal innen dran, manchmal aussen dran. Ich finde, es gibt so ein gewisses Extra. Und das repräsentiert sehr gut mein Hobby, weil es ist wirklich mit Liebe genäht. Mit zwei Kindern um einem Mal zu Hause ist es manchmal relativ laut. Wenn es mal ruhig ist, dann gehe ich gerne an meine Nähmaschine, sitze und habe diese Zeit für mich. Ein Big Day für mich ist, wenn ich plötzlich unverhofft Zeit habe zum Nähen. Die Kids und der Mann sind aus dem Haus. Und ich kann an meiner Nähmaschine sitzen und meine Ruhe halten. Es ist ein Big Day für mich. Es ist ein Big Day für mich. Es ist ein Big Day für mich.